Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft und herzlich willkommen zur sechsten Folge eurer Einsendungen. Ein Format, welches viele bestimmt noch gar nicht kennen und andere nun endlich sagen, wie aus welcher Schublade hast du das denn hervorgeholt? Wir befinden uns in, sofern mich die Zahlen nicht trügen, der dritten Staffel eurer Einsendung. So, dabei habt ihr die Möglichkeit, oder bei diesem Format habt ihr die Möglichkeit, Welten an mich zu schicken, die ich mir anschauen werde. Dieses Format werde ich in Zukunft ein bisschen besser ausbauen und ich habe da auch noch ein paar andere Ideen, wie man das Format ein bisschen einfacher machen kann. Aktuell geht das Einsenden nur über meine Internetseite, aber, 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 das Ganze wird dann bald nochmal anders ausgelagert. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier aktuell in einer Welt, eingesendet von Felix, erbaut von Melonenschale, Orkankuchen HD, Sebuine. Und sie sind, oder beziehungsweise diese Welt ist, wie man vielleicht hieran erkennt, eine der weiteren Welten, die damals in meinem Workshop in Oberursel erbaut worden sind. Und zwar hatte ich einen Workshop zum Thema Smart Home in Minecraft gegeben. Dort hattet ihr die Möglichkeit, Welten zu bauen und ich hatte angeboten, dass wer mir noch die Welten einsendet, dass es da eine Möglichkeit gibt, die dann nochmal vorzustellen. Witzig, dass die jetzt nochmal hier auch drin ist im Zufallsgenerator. Und ich hatte das, glaube ich, versprochen, denen, dass ich noch die Welten vorstelle. Deshalb ist das, glaube ich, die letzte Einsendung, die noch bei mir offen war. Es gab einige, die haben die Sachen leider ein bisschen zu spät eingeschickt. Deshalb kann ich, oder sind sie nicht mehr mit drin. Es kann sein, dass die durch Zufall gezogen werden, aber diese Welt hier ist noch gelistet gewesen. Also wollen wir uns mal gar nicht lange aufhalten und einfach mal uns die Einleitungen angucken. Hier gibt es ein bisschen Literatur. Definitiv. Keycard, alles klar. Und Keycard Lager, okay. Literatur ist immer gut. Und Your Boat Befehle, alles klar. Ich bin gespannt. Fangen wir mal mit der Einleitung. Hallo, The JoCraft und andere. Dieses Haus ist ein Ergebnis des JoCraft Workshops am 15.09.2018. Oberursel, meine Güte, es ist lange her. Es ging darum, Smart Home Techniken, okay, das weiß ich, worum es ging. In dem Haus liegt das Schwerpunkt auf einer Technik. Ich will sehen, ich will sehen, ich will gucken. Ich will jetzt nicht lesen hier. Wir haben uns Gedanken zu einer Technik gemacht, die Sachen wie Alexa oder Google Home in Minecraft umsetzen kann. Ah, und Apple HomeKit ist offensichtlich hier. Beim Herumtüfteln, tüfteln, das Wort kommt vom Trüffeln, nein, kommt es nicht, haben wir so ein System gebaut. Und zwar den YoBot. Tada! Lol, wie geil ist das denn? Du musst einem Befehl zum Beispiel, Melon, ich kann es mir schon denken. Melon, fam, ein, aus, in ihn legen, den Knopf. Lol. Lol. Ich glaube, wow, ich habe eine Vermutung, was das ist und wie es funktioniert. Ich habe eine Vermutung. Ich bin richtig gespannt, wenn das das tatsächlich ist, was ich glaube, was es ist, werde ich gleich so richtig... Oh yeah. Ich höre mal, warum höre ich meine Sounds nicht? Okay, doch, jetzt höre ich sie. Okay. Es gibt eine Klingel. Warum klingelt die nur einmal? Da, da. Das triggert mich gerade übelst. Weil das Problem ist, in dem alten Haus, in dem wir gewohnt haben, bevor wir umgezogen haben, hatten wir Klingel. Und die hat immer das Big Ben Motiv gespielt. Wenn man geklingelt hat, macht es... Da, 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 da. Da, 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 da. Und das sind die ersten zwei Töne von Big Ben. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay, so geht es nicht weiter. Ich wollte euch nur triggern. So, alles klar. Wenn man eine falsche Kickart einlegt, dann... Oh, sie haben nachgedacht. Sie haben nachgedacht. Wenn man ein falsches Item einlegt, daran erkennt man gute Techniken. Daran erkennt man exquisit gute Techniken. Ich bin gerade begeistert. begeistert, ich bin wirklich begeistert, wie gut diese Redstone-Technik umgesetzt ist. Denn das ist hammerschwer, das so umzusetzen, wie sie es gemacht haben. Denn wir haben hier einen Spender, der einmal ein Item einsaugen kann, wie jetzt, aber auch gleichzeitig genutzt werden kann, um ein Item auszuspucken. Das bedeutet, dass der Trichter, der sich unter dem Spender befindet, ihr seht, da ist ein Trichter, und dieser Trichter muss kurz gesperrt werden, dass beim Ausspucken nicht das Item erneut eingesaugt wird. Das ist eine sehr, sehr aufwendige Technik. Oder zumindest erst mal auf die Idee zu kommen, das Ding so umzusetzen. Und Chapeau, ich bin angetan. Ich bin tatsächlich gerade sehr angetan von allein diesen Details, die hier drin sind. Und ich glaube, das wird eines der geilsten Smart Home, die wir jemals gesehen haben. Vor allen Dingen, wenn das, was ich glaube, was hier passiert, tatsächlich passiert. Aber das werden wir gleich überprüfen. So, erst mal vom Design her, fühle ich mich hier sehr zu Hause. Das ist so ein bisschen auch so ein Weinbaustil gehalten. Ich habe hier ein wunderschönes Fernsehgerät, welches... Oh, schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Super. Badezimmer. Hier ist das Badezimmer. Mit Dusche. Mit Dusche. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist nämlich mal, wenn man nämlich, das ist, wisst ihr, das ist brillant, Leute. Wisst ihr, warum das brillant ist? Wisst ihr, warum das brillant ist? Wenn ein Fernsehprogramm läuft und dann beginnt die Werbung, ne? Da kann man sich hier hinschalten, ja? Kann den Fernseher ausschalten und im gleichen Zug kann man dann hier runter gehen und geht dann aufs Klo und nutzt die Werbepause, um seine Geschäfte zu erledigen. Und dann geht man nach oben. Und sobald man nach oben geht und den Knopf drückt, dann wird das Fernsehen wieder eingeschaltet. Oh, schön. Super. Sehr, sehr geile Technik. Geil gemacht. Und das ist nämlich der Joe-Bot. Boah, ich bin richtig gespannt darauf, ob das tatsächlich... Jung, wenn das tatsächlich das ist, was ich denke, was es ist. Aber das muss ich gleich überprüfen. Erstmal gucken wir uns das Haus ein bisschen an. Wir sehen, der Joe-Bot, der ist überall. Oh mein Gott, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist das, was ich... Oh, ich glaube, das ist es. Oh Leute, ich glaube nur nicht, dass ihr wisst, was es ist, aber ich weiß, was es ist. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich weiß, was es ist. Und wenn es das tatsächlich ist, was ich glaube, was das ist, dann wird das gleich das geilste von allem. Oh Lord. Oh mein Lord. Items einlagern. Hier kommen die angeforderten Items aus dem Lager anfordern. Okay, müssen wir mal kurz gucken, was denn alles im Lager aktuell eingelagert werden kann. Also sehen, hier ist sehr gute Redstone-Technik am Spiele. Melonen. Dings. Brot. Okay, wir gucken mal kurz. Ich werde jetzt mal 64 Mal Brot einlagern, um das zu überprüfen, ob das funktioniert. Ähm. So. Schauen wir mal hier, kommen die Angeforderten an. Items einlagern. Ich schmeiße mal das Brot hier hin. Cool auch gemacht, dass sie hier mit den Trichterstraßen arbeiten. Das Brot läuft jetzt hier entlang. Und wenn mich der Schein nicht trügt, sollte das Brot gleich in dieser Kiste ankommen. Das kann natürlich ein bisschen dauern, weil natürlich das Brot eine gute Strecke zu vollrichten hat. Ich weiß ja nicht, wie das Brot, wo das Brot hergeht. Ähm. Beziehungsweise, ob das Brot überhaupt irgendwo hergeht. Äh. Wo ist das Brot denn jetzt? Hat die das Brot nicht gerade ins Lager geworfen? Oh oh. Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Oder die Technik funktioniert nicht. So was muss akribisch geprüft werden. So, nochmal Items Anlagen. Wir beobachten mal kurz. Oder wird das Brot zerstört? Nein, das Brot müsste eigentlich nicht zerstört werden. Doch, da ist das Brot. Ah, hier ist ein Stau. Hier ist ein Atemstau. Weil hier irgendwas schief gegangen ist. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Ah, hier wurde ein Trichter falsch angeschlossen. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der Trichter war nicht richtig angeschlossen. Ah, passt auf, dass sowas nicht passiert. Okay, aber das ist mir schon so häufig passiert. Deshalb ist das nicht böse gemeint hier. Das ist überhaupt nicht schlimm. So. Aber mit dem korrekt angeschlossenen Trichter. Würde diese Technik nun auch funktionieren. Und wir sehen, das Brot wird eingelagert. Okay. Congratulations. It works. But. Funktioniert jetzt auch der IMS Rückweg? Intelligentes Minecart System? Das ist nun die Frage, die sich in mir da gerade stellt. Denn theoretisch müsste es möglich sein, dass ich hier ein Item anfordern kann. Das angeforderte Item wandert hier nach unten. Geht hier entlang. Wird in ein Minecart gelegt. Das Minecart erhält nun die Information über das Item, welches zu holen ist. Die Kist, genau, super funktioniert. Minecart belädt sich mit Brot. Ah, sehr schön. Sehr, sehr gut. Hervorragend. Dafür gibt es nur 1 plus mit Sternchen, was IMS Technik angeht. Auch wenn es ein Standalone IMS ist. Das heißt, dieses IMS hat keinen Verteileranschluss, sondern ist nur ein einfaches IMS, welches nur hier einen Zugriffspunkt hat. Aber, Obacht, es funktioniert. Sehr gut. Ich freue mich darüber. So, das ist sehr, sehr gut, dass es funktioniert. So ein IMS hinzukriegen. Riptide. So ein IMS hinzukriegen ist doch schon sehr, sehr aufwendig. Wir haben hier nochmal einen wunderschönen Schreibtisch. Oh, das Highlight kommt noch, Leute. Das Highlight kommt noch. Wir werden auf jeden Fall da nochmal ein richtiges Highlight gleich erleben mit dem Joe Bot. Ah, wie cool. Alles klar. Hier schließt sich der Gang wieder. Schönes Design. Die Dachtrasse hier ist nicht zu benutzen. Hier oben gibt es einen Elytränenbereich. Bitte mit Abschluss. Nein, es ist einfach nur... Ach, so ein Landeplatz gibt es hier oben. Gut. Einige Lampen werden automatisch gesteuert. Jetzt bin ich aber mit dem Joe Bot. Da freue ich mich jetzt drauf. Denn ich habe Grund zur Annahme, dass das das ist, was ich schon mal gesehen habe, selber mich gegrämt habe vor einzusetzen. Hier gibt es nochmal eine API, die uns anzeigt, was passiert. Das ist wahrscheinlich der Lager. Die Keycard fürs Lager, was man hier einwerfen hat. Und wir betreten das Lager. Okay, kommen wir nun zum Joe Bot. Haben die irgendwo geschrieben, wie man den verwendet? Ähm, Joe Bot Befehle. Fähigkeit ist um Zaubertisch ein, ausladen wir hier hervorragend, schlafen wir rauf runter. Wie funktioniert das genau mit dem Joe Bot Befehle? Also wo kriege ich die Joe Bot Befehle her? Die Technik. Wo kriege ich die Joe Bot Befehle her? Ich muss mal kurz gucken, wie sie ein Joe Bot gemacht hat. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Schaltung zu bauen, die sie hier gebaut haben. Und ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Schaltung tatsächlich, da haben sie die Schaltung so gebaut. Alles klar, das sind die Befehle. Ah, okay, verstanden. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, na, da haben sie es doch nicht so gemacht, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber okay, das geht auch. Das geht auch. Ähm, das sind die ganzen Joe Bot Befehle. Krass. Das heißt, ich leere jetzt mal kurz mein Inventar. Wir haben hier Befehle in Form von Dingen. Beleuchtung. Und jetzt geht's, Leute, jetzt geht's. Ich sag euch, jetzt geht's hier richtig zur Sache. So, das sind Befehle, die wir ausführen können bei dem Joe Bot. Und die Befehle machen etwas. Schauen wir uns mal. Beleuchtung, erste Etage, Arbeitsraum. Schauen wir mal. Wo sind wir? Das ist die erste Etage, Arbeitsraum. Okay. Hier ist auch ein Joe Bot. Da werfe ich jetzt den Befehl ein. Und nun, meine Damen und Herren, sollte, wenn alles gut läuft, das dauert ein bisschen, weil das System das nun Proceedsing muss. Das muss jetzt erstmal bearbeitet werden, die Anfrage. Aber wenn alles gut geht, sollte gleich hier das Licht ausgehen. Beziehungsweise, doch, das Licht sollte hier ausgehen. Wenn ich mich nicht irre. Aber es kann natürlich sein, dass das ein bisschen dauert. Also eine Lampe ist schon mal ausgegangen. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wo die Items hinwandern. Aber nicht, dass da nachher irgendwie auch wieder so ein kleiner, eine Kleinigkeit drin ist, die falsche. So, die Items werden hier entlang geschossen. Es kann auch sein, dass die 1.13 hier irgendwie rummosert. Und Dinge verungütet. Da ist was geschauten. Da hat es was geschauten. Doch, es ist was passiert. Wo ist die erste Etage? Ich glaube, das ist die erste Etage. Kann das sein, dass, ja, ist das amerikanisch? Arbeitsraum. Ah, weil ich ein Dummkopf bin. Arbeitsraum ist das hier. So, nochmal. Jetzt nochmal. Arbeitsraum. Lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorte. Das ist der Arbeitsraum. Und wenn alles gut geht, sollte hier gleich das Licht ausgehen. Erste Etage Arbeitsraum. Habe ich so in Erinnerung. Komm schon. Es hat was geschaltet in der Technik, oder? Ich weiß immer noch nicht, was der Arbeitsraum ist. Das ist doch der Arbeitsraum, oder? Ich bin, glaube ich, zu doof, den Arbeitsraum zu verstehen. Wo ist der Arbeitsraum? Ist das der Arbeitsraum? Nein, das ist das Schlafzimmer. So, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, bevor ich hier... Beleuchtung, Arbeitsraum. Da ist das Signal. Das gibt sein Output. Ich hier. Licht, Arbeitszimmer, erste Etage. Butter. Und... Ah, 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 ah. Buttswitch, 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 macht alles kaputt. Der Buttswitch, der Buttswitch, der ist einfach nur ein Butt. Also ein Arsch, weil der wirklich Dinge kaputt macht. Okay, meine Damen und Herren, das Problem ist, es hätte funktioniert. Ihr seht, das Kabel ist aus, die Lampen wären aus. Wäre dieser Redstone-Block zur Seite oder wäre dieser Redstone-Block verschoben worden, wären die Lampen ausgegangen. Doch der Redstone-Block ist leider nicht zur Seite geschoben werden. Wegen des Bud-Switches, beziehungsweise die Fremdbebauung des Kolbens. Denn dieser Kolben erhält aktuell seinen Strom über diesen Verstärker und über diesen Block. Das Problem lässt sich nur lösen, indem man diesen Block entweder irgendwie verschiebt. Und das ist ein großes Problem. Aus diesem Grund konnte diese Technik gar nicht funktionieren, aber sie funktioniert. Okay, mal gucken, machen wir das nächste Mal. Beleuchtung außen bei Nacht automatisch einschalten. Jetzt testen wir auch das mal aus. Wir machen das Time Set Midnight. Es ist dunkel. Wir sehen, die Beleuchtung hat sich automatisch aktiviert. Zumindest nicht die Baumbeleuchtung, sondern die untere Beleuchtung, wie wir sehen, hat sich aktiviert. So, hier ist nochmal so ein Joe-Bot. Auch hier packen wir nochmal kurz den Befehl ein und führen den Befehl durch Drücken des Knopfes hier aus. Und wenn ich mich nicht trüge, so sollten diese Lampen sich gleich abschalten. Auch das gilt es jetzt erstmal zur Überprüfung zu überprüfen. Ja, geil, 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 geil. Und das ist egal, von wo aus ich das ausführe. Ich kann es auch einfach von hier oben, einfach hier reinpacken und die Beleuchtung damit anschalten. Cool. Nächster Bot-Befehl ist Eingangstür öffnen. Führen wir den mal aus. Und nächsten Bot-Befehl ist Beleuchtung Hauptraum. Schlup. Eingangstür und Hauptraum. Mal gucken, ob diese beiden Befehle auch ausgeführt werden. Beleuchtung Hauptraum und Eingangstür habe ich gerade reingeworfen. Das System müsste mehrere Befehle gleichzeitig auch verarbeiten können, soweit ich das verstanden habe, wie dieser Joe-Bot funktioniert. Ja, ihr seht, auch das hat funktioniert. Die Eingangstür wurde gerade geöffnet und auch hier wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Beziehungsweise nicht die gesamte Beleuchtung. Ich befürchte, hier ist genau der gleiche Fehler wie vorhin. Schau, wieder so ein nerviger Bad switch. Nein, es ist tatsächlich so, dass es hier zwei verschiedene Systeme gibt. Also offensichtlich ist das Beleuchtung Hauptraum innen ein aus. Aha, das heißt, es wird wahrscheinlich noch Beleuchtung Hauptraum außen geben, ne? Ja, da. Und das ist dann die Außenbeleuchtung. Das ist, falls man, guck mal, wir haben zwei, wir haben ein System mit zwei verschiedenen Beleuchtungsmethoden. Also auch hier packen wir mal die Außenbeleuchtung rein. So, und schlupdiwupp können wir das Licht damit abschalten. Das ist schon, das ist wirklich smart. Das ist schon wirklich, 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 wirklich ganz, ganz, ganz hohe Technik, die wir hier haben. Und wenn wir jetzt die einschalten wollen, legen wir einfach beide Befehle hier rein. Und machen einmal zock und machen nochmal zack. Zack, und beide Befehle werden gleichzeitig gesendet und es werden nun beide Lampen gleichzeitig hier eingeschalten. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Auch das sollte, ja, wir sehen, zack, die ersten gehen an und die zweiten gehen an. Krass. Beleuchtung erste Etage innen. Auch hier haben wir wieder eine Innen- und eine Außenbeleuchtung, oder nein? Doch, das ist nur allgemein. Machen wir mal gleich hier. Zack. Was haben wir hier? Vorhang, Schlafzimmer, auf, zu. Werfen wir auch mal rein und gucken mal, was passiert. Hier haben wir das Schlafzimmer. Ich sehe hier keinen Vorhang. Ah, ich könnte mir vorstellen, was gleich passieren wird. Okay, wir gucken mal, was passiert. Vorhang. Oder haben wir wieder den guten alten Bad? Ne, da, ooooh. Oh, lololololololololololololololololololololololololol Das ist schön, das ist richtig gut gemacht. Das ist sehr gut gemacht. Jetzt haben wir noch Ausgang. Balkongarten, nachts schließen. Melonenfarmen 1, Aus. Schalten die Melonenfarmen mal aus, während der andere Befehl abgeschickt wird. Und Vorhang, öffne dich. Schau, cool. Man wirft so eine Keykarte nachts hier rein und der Rest läuft von alleine. Bäm. Ja, sehr schön. Vor allem eine coole Animation. Ausgang Balkon nachts schließen. Wo ist der Balkonausgang? Jetzt auch nicht, dass sie hier einen... Hä, wie alt? Balkon nachts schließen. Ach, wahrscheinlich den hier. Oder? Dass man den nicht mehr öffnen kann? Ja, Türöffner, weil man hier einen Türöffner hat. Genau. Aktuell kann ich ihn öffnen. Schlupp. Und jetzt packe ich den hier rein. Und was haben wir noch für einen Befehl? Wir haben noch Zaubertisch ein-aus. Okay, den Zaubertisch müssen wir noch gleich finden. Ja. Ich warte, bis der Fehl executed wird. Okay, mal gucken. Ah. Ah, ah, ah. Der Befehl wurde noch nicht executed. Oder ist es der falsche Balkon? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo der Balkonbefehl ist. Schlupp. Den werden wir mal kurz verfolgen. Oh. Da müssen wir aufpassen. Müsst ihr auch unbedingt aufpassen. Das könnte aber ein Fehler sein, dass der Befehl nicht richtig ausgeführt wird, weil er nicht richtig reingesteckt worden ist. So. Mein Gott, die Idee ist aber wirklich brillant. Ah, das ist ein Fehler, der 1.13. Aber es hat doch geklappt irgendwie. Da muss man echt auch höllisch aufpassen. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade ausgeführt worden ist. Könnte sein. Ja, direkt hier vorne. Das bedeutet, das ist dieses Red. Ne, ähm, doch, das ist das Red Zone Kabel. Es kommt von da. Es geht hier entlang, InstaWire. Und die geht hier. Ah, okay, einmal zum Debug. Damit man gucken kann, was gerade los ist. Und macht folgendes aus. Das Signal kommt von da, kommt von hier, kommt von dort. Spaltet sich. Gucken wir erstmal, wo das Signal hinläuft. Hier wird eine Signalunterbrechung reingemacht. Die dafür sorgt, dass sich eine Tür entsprechen. Ah, ach, das Ding wird geschlossen. Alles klar. Und ich glaube, wenn ich das noch richtig gesehen habe, wird noch zusätzlich die Tür doch wahrscheinlich auch gelockt, ne? Nein, aber das wäre ein schönes Detail gewesen. Okay, letzte Sache ist der Zaubertisch. Ich habe keine Ahnung, wo der Zaubertisch erscheinen wird. Ich werde das mal ein bisschen überprüfen oder ein bisschen gucken. Hier, im Erdgeschoss, wird der Zaubertisch erscheinen. Das heißt, wir werfen hier nochmal die Zaubertisch-Keykarte ein und drücken auf den Knopf und schauen mal, was passiert. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann wird der Zaubertisch hier erscheinen. So, alles nochmal nach oben, räumt es in den Tab. Abracadabra. Und? Komm, schau, komm, schau, komm, schau. Oh, ich glaube, das war der zweite Bud-Switch. Es gab hier noch... Nee, doch. Ha, ja. Okay, okay, einfach. Relativ einfach. Das hat sich nach unten geklappt. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier so richtig viel runterklappt. Aber das Problem ist die Technik. Der Platz reicht hier dafür nicht aus. So, Summa Kumarum-Fazit. Das Ding hier ist geil. Und die Idee mit diesem Bot ist geil. Das Haus sieht geil aus. Und ja, meine Damen und Herren, das ist ein Minecraft-Smart-Home. Das ist das Minecraft-Smart-Home. Ich danke euch sehr für diese wunderschöne Einsendung. Ihr könnt hier eins sagen, downloaden. Link findet ihr in der Videobeschreibung an dieser Stelle. Mit einem großen Kopf verabschiede ich mich hier und sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und as always... Ich muss ein bisschen jetzt reden, um auf die Endcard zu kommen. So, alles klar, da ist die Endcard. As always. Ciao, Leute. Woo! Was für eine geile Einsendung. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.